Wie geht es in Thüringen nach dem Rücktritt von Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich weiter? Das Wort, das aktuell die Runde macht, lautet Neuwahlen. Kemmerich will sie, nachdem er sie zuerst abgelehnt hatte, FDP-Chef Christian Lindner will sie und auch die Bundes-CDU will sie. Allein die CDU in Thüringen ist dagegen. Dabei war Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern eigens samt der Forderung der Parteispitze nach Erfurt gereist, um sich dort bis in den frühen Morgen hinein mit den Parteifreunden zu beraten. Am Ende der, wie es hieß, teils emotionalen Gespräche konnte sie sich aber nicht durchsetzen. Die Thüringer Christdemokraten und ihren Vorsitzenden Mike Mohring wollen nun erst einmal nach anderen Wegen aus der Krise suchen. Damit stellen sie sich klar gegen AKK, aber auch gegen Kanzlerin Merkel, die ebenfalls Neuwahlen sehen will. Heute berät das CDU-Präsidium in Berlin über das weitere Vorgehen und auch der FDP-Vorstand kommt in Berlin zusammen. Dabei will der Chef der liberalen Christian Lindner die Vertrauensfrage stellen. Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn eine Gliederung, auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten, systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei. Kritik an Neuwahlen kommt von der AfD. Parteichef Alexander Gauland sagte, Das erinnert mich an manche Vorschläge bei der Brexit-Diskussion in England. So lange abstimmen, bis das richtige Ergebnis rauskommt, so lange wählen, bis der richtige Ministerpräsident rauskommt, halte ich nicht für sehr demokratisch. Die AfD in Thüringen mit ihrem als besonders rechts geltenden Landeschef Björn Höcke hatte für Kemmerich gestimmt und damit seinen knappen Wahlsieg gegen Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ermöglicht. Der Vorgang führte zu massiven Protesten in Politik und Gesellschaft. Vielerorts in Deutschland gingen Demonstranten auf die Straßen, um gegen die Wahl zu protestieren. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus!